Ich hab's schon gehört, hab's schon gesehen, wie die Leute Schlange stehen. Das Produkt ist neu und heiß und es kann, was keiner weiß. Du, ich glaub, wir gehen da hin, kaufen uns auch dieses Ding. Denn wofür ist einerlei, weil es ist ja der letzte Schrei. Was weiß ich, was das ist, ist was keiner, aber sicher wieder was von die Japaner. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist kein Fernsehapparat zum einischauen. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist kein Mischmaschinen zum Häusel bauen. So, wir haben's, stellen's auf den Tisch hin, mit dem Nippon, jetzt sind wir gewiss in. Und den Schalter, den Stellauf an, denn sonst hören wir keinen Ton. Was weiß ich, was das ist, das weiß keiner, aber sicher wieder was von die Japaner. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist kein Fernsehapparat zum einischauen. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist kein Mischmaschinen zum Häusel bauen. Jetzt passt's auf und lasst's uns schauen. Ich glaub, das Vieh hat eine Nasen und zwei Augen. Schau, wie's funkelt, schau, wie's gliert. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Was weiß ich, was das ist, das weiß keiner, aber sicher wieder was von die Japaner. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist kein Fernsehapparat zum einischauen. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist ein Joglautomat mit blau und auf. Es ist ein Joglautomat mit blau und auf.